Hallo ihr Lieben, mein Name ist Frank Sackenheim. Das ist eine neue Folge des Astro-Fotocast. In dieser Folge möchte ich eine der ältesten Fragen der Menschheit beantworten. Deep Thought. Wir möchten, dass du uns die Antwort sagst. Die Antwort? Worauf? Die Antwort auf das Leben, das Universum, auf alles. Die Antwort ist natürlich nicht 42 und das ist auch nicht die Frage, um die es heute gehen soll. Es geht letztendlich heute um die Frage, was ist besser, ein Linsenteleskop oder ein Spiegelteleskop? Wenn man diese Frage stellt, dann gibt es in der Regel hitzige Debatten. Ich werde heute mal versuchen, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Alles, das gibt es natürlich wie immer nach der Intro. Ja, ich habe ja neulich erst das Video gemacht, 10 Tipps für Deep Sky Anfänger. Ich habe auch schon mal vor ein paar Monaten ein Video gemacht, das hieß, wie werde ich ein besserer Astro-Fotograf? Und was man in diesen Videos vermissen wird, sind so ein paar Dinge. Zum Beispiel die Frage danach, welches Teleskop benutze ich eigentlich dafür? Ja, und nicht ohne Grund habe ich das aus dieser Diskussion rausgelassen oder aus diesen Videos rausgelassen, weil es aus meiner Sicht gar nicht so die große Rolle spielt. Trotzdem, wenn man sich mal in den Foren umschaut und zum Beispiel die Frage, was ist besser, ein Spiegelteleskop oder ein Linsenteleskop danach sucht, oder vielleicht, wenn jetzt aktuell so ein Thema irgendwo läuft und man beobachtet das dann, wie sich das entwickelt, wird man feststellen, diese Fragestellungen oder diese Threads in diesen Foren werden immer sehr lang und irgendwann werden die auch sehr emotional. Also da gehen sich die Leute richtig an. Also emotional ist dieses Thema sehr, sehr aufgeladen. Und wenn ich jetzt Anfänger bin und stelle mir die Frage, was soll ich denn jetzt kaufen, was ist besser und schaue mir dann solche Beiträge an, dann werde ich sehr schnell die Lust daran verlieren, diese Beiträge zu verfolgen, weil dann kommen auch so Sachen ins Spiel, die ich als Anfänger unter Umständen gar nicht verstehe. Ja, was ist ein Strehlwert, was ist Obstruktion und so weiter und so fort. Also Dinge, die ich als Anfänger überhaupt gar nicht kapiere. Auch kann ich schlecht, selbst die fortgeschrittenen Leute werden ihre Schwierigkeiten haben, zum Beispiel ein Interferogramm zu interpretieren. Das wird dann aber, früher oder später werden solche Interferogramme auch in solchen Beiträgen dann angebracht. Und ich will diese Beiträge gar nicht so verurteilen. Da sind Leute, die haben wirklich, wirklich Ahnung, das respektiere ich auch sehr. Und die wissen wirklich, was sie da schreiben und sagen. Aber aus der Sicht eines praktisch veranlagten Astrofotografen und auch aus der Sicht eines Anfängers zum Beispiel, bringen mich solche Diskussionen eigentlich nicht weiter. Ich hatte schon lange vor, so ein Video hier zu machen, aber habe mich dann doch letztendlich sehr lange auch drum gedrückt, weil das eben A, so ein emotional aufgeladenes Thema ist, weil die Frage einfach nicht leicht zu beantworten ist. Ja, und dann kommen noch ein paar andere Dinge hinzu, die ich im Lauf des Videos mal erkläre. So, aus meiner eigenen persönlichen Sicht, was hatte ich denn bisher für Teleskope? Also nehmen wir mal mein erstes Teleskop raus, das war so ein Spielzeugteil. Dann hatte ich als Kind ein 76-700 mm Spiegelteleskop. Das war natürlich mehr oder weniger auch nur ein Spielzeug. Als nächstes hatte ich ein TASCO 114 mm 900 mm Brennweite, immerhin schon auf einer parallaktischen Montierung. Wirklich Astrofotografie konnte man damit aber auch nicht machen. Als Erwachsener habe ich mir dann irgendwann einen GSO 200-800 gekauft, also einen 8-Zöller mit F zu 4. Und damit habe ich die ersten wirklich seriösen Astrofotos gemacht. Das Teleskop habe ich relativ schnell wieder verkauft. Damit hätte ich aber auch noch viel länger arbeiten können. Und ich habe es eigentlich so ein bisschen zu Unrecht verkauft, weil es war schon ein ziemlich gutes Teleskop für die Astrofotografie. Warum habe ich das verkauft? Weil ich dann viele Bilder gesehen habe, die mit kleinen APOs gemacht wurden. Insbesondere hat mir ein APO da gefallen. Das war der TMB 80480 bzw. der TMB 80600. Diese Teleskope gibt es heute nicht mehr zu kaufen bzw. nur noch im Gebrauchtmarkt ganz selten zu kaufen. Ich habe mir dann den 80600 gebraucht, tatsächlich damals schon gekauft. Ich glaube, das war eines der besten Teleskope, die ich je besessen habe. Denn das Ding war unglaublich gut in der Abbildungsleistung. war sehr, sehr klein, sehr kompakt, sehr reisetauglich. Und da ich relativ früh Spaß gefunden habe an Astroreisen, Astrofotoreisen, war das das ideale Teleskop für mich. Ich habe damit wirklich sehr, sehr viel Spaß gehabt. Es gab nur ein Teleskop, was mein Traumteleskop war, was irgendwie ständig so hier hinten geschwebt ist. Und was ich mir dann aber irgendwann gekauft habe, das war der Takahashi FSQ, den ich bis heute habe, mit dem ich eben auch die meisten Fotos bisher gemacht habe. In den letzten Jahren habe ich dann kein neues Teleskop mehr gekauft, aber ich hatte Zugang zu verschiedenen Teleskopen, habe damit dann auch meine Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel ein 10 Zoll Newton Teleskop. In Namibia steht das Ding. Damit habe ich Aufnahmen gemacht. Und ich habe Zugang zu einer Remote-Sternwarte mit einem wirklich sehr, sehr großen Spiegelteleskop. Also, jetzt kann man sagen, lieber Frank, du bist doch Apo-Fan. Das kann ich doch bis hierhin riechen. Und jetzt machst du ein Video über Spiegel vs. Linse. Und ich weiß, doch am Ende wirst du dich für die Linse entscheiden. Und das nehme ich schon mal vorweg. Das ist nicht mehr so. Warum ist das nicht mehr so? Ich mache in den letzten Wochen zwei Beobachtungen. Beobachtung Nummer 1 ist die, dass mir sehr, sehr oft Bilder gefallen, die mit dem Takahashi Epsilon gemacht wurden. Das ist ein Astrograph, ein Spiegelteleskop, was speziell für die Bedürfnisse von Astrophotografen gebaut wurde. Und diese Bilder, die ich damit sehe, gefallen mir so gut, dass der Wunsch sehr groß geworden ist, wieder ein Spiegelteleskop zu besitzen. Es macht für mich aber gerade keinen Sinn, dieses Teleskop zu kaufen, weil ich auf meiner Festplatte noch sehr viele Bilder habe und gar keine Zeit habe, diese Bilder zu bearbeiten. Das heißt, warum sollte ich mir jetzt ein neues Teleskop kaufen? Das Wetter, naja, heute ist es sehr gut, aber der Mond scheint mal wieder. Das Wetter ist eh nicht so gut. Also ich könnte dieses Teleskop gar nicht sinnvoll nutzen, auf Deutsch gesagt. Wenn ich das Geld übrig hätte, würde ich es mir kaufen, einfach um es zu besitzen. Die zweite Beobachtung, die ich in letzter Zeit mache, und das ist so ein bisschen auch durch die Bildbesprechung gekommen, aber auch durch Facebook und durch die Foren, ist, ich sehe sehr, sehr viele Bilder, die mit Linsenteleskopen gemacht wurden, die mir nicht sehr gut gefallen. Was mir daran nicht gefällt, ist die Abbildung der Teleskope. Ja, ich sehe plötzlich Aufnahmen von sogenannten Apos, die aber ziemlich aufgeblähte Sterne haben, die wahnsinnige Halos produzieren. Und insgesamt, ja, gefallen sie mir einfach nicht gut, die Bilder. Also ich habe den Eindruck, das sind nicht so sehr wertige Linsenteleskope. Ja, und jetzt komme ich quasi schon zu meiner ersten Zusammenfassung dieses Videos. Und das ist ein sehr provokanter Punkt, gebe ich zu. Aber ich bin der Meinung, dass ein Apo nur dann wirklich richtig, richtig Sinn macht, wenn er auch richtig, richtig gut ist. Und leider geht das einher mit einem sehr hohen Preis. Und das ist eine Sache, die ich glaube, beobachten zu können, dass also irgendwie das, wofür Apos mal standen, nämlich für wirklich Spitzenqualität, Spitzenoptiken, die leider Gottes ihren Preis haben. Und die Tendenz geht dahin, dass man irgendwie heute unter dem Label Apo Teleskope verkauft, die, naja, ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, aber eben auch nicht mehr. Also für mich sind das irgendwie nicht diese Spitzenoptiken, die ich unter dem Label Apo eigentlich erwarte. Ich weiß, das ist eine provokante Sache, die ich hier gerade sage, aber es ist was, das hat mich in den letzten Wochen bewegt, gedanklich bewegt. Also ich habe deswegen keinen hohen Puls bekommen, aber ich musste da irgendwie drüber nachdenken. Und das hat letztendlich dann jetzt zu diesem Video geführt. Das ist also so mein erster Punkt, den ich einmal mitteilen möchte. Jetzt gucken wir uns aber nochmal wirklich so Pro und Contra Spiegel versus Linse an. Also was ist der Vorteil vom Linsenteleskop? Ja, das Linsenteleskop ist relativ kompakt. Oder man kann auch sagen, sehr kompakt, beziehungsweise es ist dann kompakt, wenn wir eine gewisse Brennweite nicht überschreiten. Also alles so bis, sagen wir mal, 800 Millimeter Brennweite. Vor allem im Bereich 500 Millimeter Brennweite sind die Spiegel-Teleskope wirklich der Burner. Bis 800 Millimeter auch noch. Aber ab einer gewissen Brennweite werden die Dinger einfach doch sehr groß, sehr schwer und sehr, sehr teuer. Und das ist eben so ein Ding, wo dann das Spiegel-Teleskop den APO überholt, weil das Spiegel-Teleskop ab einer gewissen Größe, ich sage mal so, ab einer Brennweite von 800 Millimetern, wirklich seine Stärken ausspielt. Im Sinne von, wir bekommen sehr, sehr viel Teleskop für relativ kleines Geld. Ich sage immer relativ, weil es ja immer noch irgendwo viel Geld ist, aber im Vergleich zu einem Linsen-Teleskop bekommen wir da sehr, sehr viel Teleskop. Ich finde, man findet heute relativ leicht einen guten Spiegel. Also was die Abbildungsleistung angeht, ist es heute nicht so schwer, einen wirklich qualitativ hochwertigen Spiegel für relativ kleines Geld zu bekommen. Beim Spiegel-Teleskop ist die Mechanik meiner Meinung nach der viel kritischere Punkt. Einen Spiegel muss man justieren. Das ist ein Nachteil gegenüber dem APO. Man kann das lernen. Und wenn man das einmal kann, dann ist das auch kein großes Problem mehr. Aber diese Teleskope dejustieren sich relativ schnell und man tut gut dran, die regelmäßig zu justieren. Wenn man das macht, wenn man damit Erfahrungen gemacht hat, wird man sehr schnell feststellen, dass man für die Justage sehr gute mechanische Komponenten braucht. Also die Hauptspiegelzelle muss dementsprechend gut sein. Die Fangspiegelspinne muss dementsprechend gut sein. Der Okularauszug muss gut wackelfrei stabil sein. Der Tubus darf sich nicht verbiegen oder sonst wie. Das sind also diese Hardwarekomponenten, die wirklich gut sein müssen bei einem Spiegel. Da kann man jetzt natürlich ein bisschen Pech haben mit so einem, ich nenne es nochmal GSO-Teleskop, weil vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind die sehr gut. Aber das sind jetzt nicht die Bomben-Teleskope. Das sind nicht die Bomben-Mechaniken, die man da bekommt. Man kann, wenn man handwerklich begabt ist, natürlich daran rumoptimieren. Und dann wird man da auch seine Freude dran haben. Jetzt sind in den letzten Jahren einige Leute hingegangen und bieten speziell Teleskope an, die eben über eine solche Optik verfügen, also einen sehr guten Spiegel, und haben die mechanischen Komponenten dementsprechend da drum herum gebaut. Da ist vor allen Dingen die Carbon-Bauweise, die in den letzten Jahren sehr populär geworden ist, hat das Ganze nochmal vorangetrieben. Und so gibt es von zum Beispiel Teleskop-Service, aber auch von Teleskop Austria, gibt es sehr, sehr gute Newton-Teleskope in einem Carbon-Tubus mit sehr guten mechanischen Komponenten. Mit denen kann man richtig, richtig Spaß an der Astrofotografie haben. So, Problem bei den Spiegel-Teleskopen neben der Justage ist dann eben die Tatsache, dass die relativ groß sind. Wenn man eine Kamera zum Beispiel bei Newton seitlich anbringt, das ist alles so von der Mechanik her, also man hat damit Hebeln zu tun und so weiter und so fort, eine anspruchsvolle Kiste. Das heißt, der Okularauszug muss dementsprechend gut sein. Aber auch die Montierung ist hier gefragt, dass die Montierung dieses Teleskops samt Kamera und so weiter tragen kann und dabei keine Zicken macht. Das heißt, ab einer gewissen Größe wächst dann auch zwangsläufig die Montierung mit. Dann wird das Ganze wieder etwas teurer und vor allen Dingen wird das Ganze schwer. Es wird schwer und es wird unhandlich. Und jetzt kommt so ein bisschen der Praxisgedanke. Ich habe ja das Video gemacht, wo ich eine Anfängerausrüstung für den Dipsky-Bereich vorstelle. Und da habe ich ganz klar gesagt, ein kleiner Apo, bitte schön für Anfänger. Weil der Vorteil von diesen kleinen Apos ist, dass man es auf eine relativ kleine Montierung machen kann. Die Nachführgenauigkeit spielt da nicht so die ganz große Rolle. Man braucht also nicht so eine hochwertige und schwere Montierung. Und das Ding ist schnell aufgebaut, schnell wieder zusammengebaut. Und gerade dann, wenn man mobil unterwegs ist, hat man da seinen Spaß. Wie gesagt, ich hatte mal einen GSO 8 Zoll F zu 4. Den hatte ich auf einer EQ6. Ich wohne im zweiten Stock einer Mietswohnung mitten in der Stadt. Ich musste erst mal einen Parkplatz suchen mit dem Auto vor der Tür. Dann musste ich das Ganze runter tragen. Die EQ6 alleine tragen ist kein Spaß. Und damals war ich noch jünger. Das ist also ein Punkt. Also die Praktikabilität, nenne ich es mal, von einem Teleskop spielt eine große Rolle. Das beste Teleskop ist das, was Sie regelmäßig benutzen. Das ist eben ein wichtiger Punkt. Und das hat letztendlich mit den Abbildungseigenschaften des Teleskops gar nichts zu tun. Wenn man also hier guckt, irgendwie was bildet letztendlich besser ab, gerät dieser Gedanke letztendlich in den Hintergrund, weil die Praktikabilität einfach eine Rolle spielt. Wenn ich jetzt im Garten die Möglichkeit habe, eine Säule aufzustellen oder wenn ich mein Teleskop nur von der Terrasse in den Garten schieben muss oder von der Garage in den Garten schieben muss und kann da loslegen, dann ist das wieder was anderes. Dann kann ich auch eine relativ schwere Montierung, ein relativ großes Teleskop kaufen. Und wenn ich in einem gewissen Brennweitenbereich möchte, dann wäre für mich ganz klar, ich kaufe mir einen Spiegel. Zum Beispiel ab einem Meter Brennweite aufwärts. Also der 10 Zoll Newton Klassiker oder der 12 Zoll Newton. Das ist so das Paradebeispiel für langbrennweitige Teleskope mit einer großen Öffnung, die aber eben dann entsprechende Montierungen brauchen und die man am besten dann schon fest aufstellt. Jetzt sind in den letzten Jahren noch ein paar Teleskoptypen dazugekommen. Stimmt so nicht. Die gab es ja schon immer. Aber es sind ein paar dezidierte Optiken für die Astrofotografie auf den Markt gekommen, die sehr interessant sind. Gerade habe ich schon genannt, den Takahashi Epsilon, was ein Astrograph ist. Wirklich eine spezielle Kombination aus Spiegel- und Korrekturoptik, die sehr schnell ist. Schnell heißt, relativ kleines Öffnungsverhältnis, wo die Belichtungszeiten also entsprechend kürzer werden, beziehungsweise wo man mit gleichbleibender Belichtungszeit eine sehr schöne Tiefe erreicht. Die Aperlidungsleistung von den Dingern vor allen Dingen für große Chips ist wirklich fantastisch gut. Das sind sehr interessante Teleskope. Das sind so Hybriden. Also das sind natürlich Spiegel-Teleskope, aber der Begriff Astrograph trifft es eigentlich ganz gut. Da zum Beispiel der Raser von Celestron, den gibt es glaube ich in 8 Zoll und 11 Zoll. Ich bin mir nicht ganz sicher, so die Größenordnung. Das ist im Prinzip ein Schmidt-Casseglar, den man aber im Primärfokus benutzt. Auch sehr schnell vom Öffnungsverhältnis, sehr kompakt von der Bauweise. Ich könnte mir vorstellen, dass sie nicht ganz leicht zu justieren sind, aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn man es einmal justiert hat, ist relativ justagestabil. Mit dem Teleskop, merkt ihr, habe ich noch keine Erfahrung. Ich sehe aber, die sind sehr populär und auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ja, konnte ich jetzt die Frage beantworten, was besser ist, ein Spiel oder eine Linse? Nein, die Frage kann ich nicht beantworten, weil da zu viele Faktoren eine Rolle spielen. Ja, letztendlich ist eine Frage von, was will ich denn eigentlich fotografieren? Will ich lang brennweitig arbeiten oder will ich kurz brennweitig arbeiten? Bei kurzen Brennweiten geht meine Tendenz nach wie vor eher zu Apus. Bei Brennweiten ab 500 oder ab 800 mm aufwärts würde ich eher mal zu einem Spiegel greifen. Und da spielt ganz einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis eine Rolle. Ich möchte trotzdem eine Lanze brechen, auch bei kleinen Spiegeloptiken nochmal für die Spiegeloptik. Es macht für mich nochmal, ich sage es nochmal, es ist ein bisschen provokant, aber es macht für mich irgendwie keinen Sinn, einen Apo zu kaufen, nur weil es ein Apo ist und weil der gerade irgendwie doll beworben wird, wenn der von der Abbildungsleistung nicht so toll ist. Auch wenn das Ding ein relativ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Ich glaube letztendlich, ihr bekommt eine bessere Abbildung dann doch mit einem Spiegelteleskop. Wenn ihr das irgendwie von der Praktikabilität hinbekommt, dann möchte ich hier doch nochmal ganz stark eine Lanze brechen für zum Beispiel von mir aus auch einen 6 Zoll Newton mit entsprechendem Korrektor oder der Klassiker, der 8 Zoll F zu 4 oder F 5 Newton. Letztendlich ist es dann auch noch eine Geschmacksfrage. Ja, ich habe ja selber gesagt, mich haben irgendwann Bilder, die mit Apos gemacht wurden, die haben mir sehr gut gefallen. Deswegen habe ich mich dann irgendwann für Apos interessiert. Es gibt auch Leute, die mögen keine Spikes. Es gibt Leute, die sagen, für mich ist ein gutes Astrofoto, gehören irgendwie Spikes dazu. Ja, das sind so geschmackliche Sachen. Es gibt auch Leute, die mögen gerne ein großes Teleskop. Ich weiß noch, als ich meinen GSO hier mal in der Wohnung aufgebaut hatte mit der EQ6 irgendwie, das war schon ein beeindruckendes Ding. Ja, da ist ein Freund mal zu Besuch gekommen, der hat gesagt, boah, was hast du denn da? Das sind so Sachen, die spielen vielleicht auch eine Rolle. So ein kleiner Apo macht vielleicht nicht so viel her. Ich weiß es nicht. Also es ist letztendlich auch eine Geschmackssache. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn ich letztendlich die Frage nicht wirklich beantworten konnte. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, erzählt es weiter. Ja, abonniert meinen Kanal nach Möglichkeit und wir sehen uns nächste Woche dann hoffentlich wieder. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020